Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Wir sind Christina und Walter von Herz über Kopf, deinem Podcast, der dich unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und heute haben wir wieder ein brandheißes Thema mitgebracht, nämlich eine Frage von einem Mann, der fragt, was soll ich tun, wenn meine Frau keine Lust mehr auf Sex hat? Ist doch ein spannendes Thema, oder? Ja, und ich glaube, das ist eine der Fragen, die uns am allermeisten erreichen. Und es ist auch eine der Fragen, die am tiefsten geht, weil das eben nur eine Symptomatik ist, sich sexuell zurückzuziehen und oftmals so viel mehr dahinter steckt. Und genau auf diese Fragen oder diese Hintergründe wollen wir heute eingehen, damit du wieder mehr Verständnis für deine Partnerin hast, wenn sie sich zurückzieht sexuell. Und natürlich gibt es das auch umgekehrt. Genau, wir werden jetzt erstmal so über das Verbreitetste reden, nämlich dass der Mann eher Lust hat auf Sex und die Frau sich, wenn es irgendwo Probleme gibt, eher körperlich zurückzieht. Das kann natürlich genau umgekehrt auch so sein, doch es ist einfach häufiger so, dass Männer ihren schnellen Pol in der Sexualität, also in ihrem Genital haben und die Frauen dort eher etwas langsamer sind. Wie kann man das verstehen? Also zunächst mal sprichst du ja diese Unterschiedlichkeit an, das unterschiedliche Sein von Mann und Frau. Und natürlich macht das auch Sinn, dass wir unterschiedlich sind, weil das zieht ja auch an. Das heißt, wenn wir jetzt so ähnlich gepolt wären, das ist ja wie in der Physik, obwohl ich in Physik immer super schlecht war, habe ich das zumindest verstanden, dass gegenseitige Pole sich anziehen. Also ist das ja schon mal sehr nachvollziehbar und macht auch total viel Sinn, dass wir unterschiedlich sind. Aber genau dieses Unterschiedliche, das wird uns dann halt doch auch manchmal zum Verhängnis, sag ich mal. Das heißt also, bei Frauen ist es vielleicht eher so, und das kenne ich auch von mir, wenn die emotionale Nähe nicht da ist, dann funktioniert auch die Sexualität nicht. Weil wenn ich mich als Frau nicht geliebt oder gesehen fühle, dann möchte ich auch überhaupt keine körperliche Nähe zu meinem Mann haben. Und umgekehrt ist es manchmal beim Mann, dass er denkt, oh Mensch, wir könnten nochmal wieder Sex miteinander haben, das würde doch auch wieder zu mehr emotionaler Nähe führen. Und da haben wir das allergrößte aller Themen, weil wir Frauen unseren schnellen Pol, wenn wir mal von Polen reden wollen, den schnellen Pol haben wir am Herzen oder im Herzen. Das heißt, wir Frauen, wir sind sehr schnell emotional, das kennst du vielleicht auch, sehr schnell auf 180, wenn irgendwas ist, dann regen wir uns drüber auf. Oder wir ziehen uns auch sehr schnell zurück und sind dann beleidigt. Oder wir werden auch schnell mal so ein bisschen emotional übergriffig. Das heißt, dann hauen wir dem anderen die Sachen um die Ohren, statt vielleicht fünf Minuten länger nochmal drüber nachzudenken und das Ganze für uns erstmal noch zu reflektieren, bevor wir es dem anderen um die Ohren hauen. und der Mann ist da eher so im langsamen Pol. Das heißt, er braucht eher auch so ein bisschen länger, bis er sich dann möglicherweise mal aufregt oder dann auch was zurücksagen kann. Das heißt, er fühlt sich damit manchmal vielleicht sogar auch überfordert, überfrachtet und wenn er dann abends von der Arbeit kommt, möchte er vielleicht auch nicht eine Stunde erstmal zuhören, was wir so am Tag erlebt haben, sondern will eigentlich eher seine Ruhe. Das Schweigen der Männer, vielleicht kennst du den Film. Vielleicht kennst du das auch. Dass Männer einfach in diesem emotionalen Pol etwas langsamer sind. Wir reden jetzt in keinster Weise über besser oder schlechter, sondern einfach über die Unterschiedlichkeit. Das heißt, wenn wir Männer verstehen, dass uns dieser emotionale Pol, wenn der überfordert wird, dass wir da eher zumachen, dann ist es einfach mal eine große Hilfe zu verstehen. Okay, deswegen ticke ich so, weil Männer, wenn sie so ihre Themen haben, die fangen nicht an, darüber zu reden, sondern die ziehen sich zurück und suchen eine Lösung. Die verschwinden in ihrer Höhle und brüten über dieses Thema und kommen irgendwann raus und sagen, jetzt habe ich die Lösung. Das zeigt so ein bisschen diesen Pol. Der braucht einfach etwas länger, um Emotionen zu verarbeiten. Da kann es halt sein, dass, und das ist ganz häufig so, dass du jetzt eine Frau hast, die emotional einfach schneller ist, die macht schnell auf und schnell wieder, ja, wird schnell heiß und auch schnell wieder abgekühlt. Das merke ich bei Christina immer, dass sie, wenn wir uns mal streiten, dann, boah, ja, dann wird sie emotional und nach zehn Minuten fragt sie, ob wir mal Kaffee trinken gehen. Und da habe ich aber dann zugemacht und sage, ich habe keinen Bock auf Kaffee trinken und da brauche ich dann bestimmt eine halbe Stunde, Stunde, bis ich dann bereit bin, mit ihr wieder einen Kaffee zu trinken. Das heißt also, mein Pol ist langsamer. Er ist einfach langsamer heiß und er braucht dann aber auch lange wieder, um abzukühlen. Also das kann man so verstehen mit diesen Emotionen. Jetzt ist es in der Sexualität oftmals genau umgekehrt, nämlich, dass die Frau etwas länger braucht, um heiß zu werden und dann aber länger warm hält sozusagen. Und beim Mann ist es schneller auf 180 und vielleicht kennst du das auch, bei manchen kann es auch sein, dass es schnell wieder vorbei ist. Also, dass diese Energie sehr, sehr schnell ist. Und das ist ja erstmal überhaupt gar kein Problem, wenn man darum weiß, dass Männer und Frauen einfach unterschiedlich ticken. So könnten wir einfach achtsamer miteinander sein, dass die Frau einfach etwas länger braucht in der Sexualität und der Mann mit den Emotionen vielleicht etwas länger braucht, um sie zu verarbeiten und auch nicht so überfrachtet werden will. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt dieses Problem, das du beschreibst? Deine Frau hat keinen Bock auf Sex mehr mit dir. Wo kommt das her? Eine mögliche Ursache ist, dass sie sich einfach emotional nicht gesehen und nicht verstanden fühlt. Und das ist das, was Christina gerade erzählt hat. Wenn Christina sich nicht verstanden fühlt und die emotionale Nähe nicht da ist, dann macht sie auch in der Sexualität zu. Da hat sie keine Lust auf Sex. Auch nicht nur jetzt, wenn keine Nähe da ist. Emotional ist kann auch durchaus sein, dass es einfach zu viele Themen gibt im Alltag. Also, dass auch der Alltag so seinen Tribut zollt. Einfach so viele To-dos da sind und so viele Listen, die abgearbeitet werden möchten, dass mir das auch die Lust nimmt. Einfach viele Termine am Tag nehmen mir so diese Muse und dass mich hingeben wollen und dieses loslassen können. Ich habe dann permanent diese ganzen Dinge im Kopf und mache mir natürlich da auch zusätzlich dann noch den Druck, dass das alles auch erledigt sein soll und doch gemacht werden muss. Also, mir ist dann so gar nicht nach sechs. Und deshalb achten wir auch immer mehr drauf, dass wir weniger Termine den ganzen Tag über haben, damit einfach immer wieder auch Möglichkeit dazu ist, loszulassen, den Tag zu genießen, das Leben zu genießen. Und ich glaube, das könnte auch etwas sein, wenn man so die vielen Leute und Frauen betrachtet, die Familie haben und dann noch den Job und dann hier noch das Thema und dann noch den Alltag und die Organisation des Ganzen. Dann ist das einfach auch für die Frau total viel. Und natürlich halte ich immer eher zu den Frauen. Das ist ja klar, weil ich selbst eine bin. Das heißt, ich versuche immer noch mal mehr, die Seite der Frau zu schildern. Und vielleicht kennst du das als Frau, dass du echt denkst manchmal so, ja, also sorry, da habe ich jetzt nicht auch noch den Nerv drauf. So, ich habe da jetzt echt so viel um die Ohren gerade. Dann ist uns da so gar nicht nach. Und ich finde, das ist einfach auch noch mal ein wichtiger Aspekt, das zu verstehen. Das hat nicht unbedingt was mit dem Mann zu tun und auch nicht unbedingt etwas mit der Libido oder der Lust, die normalerweise total da wäre, wenn wir uns nicht selbst überfrachten würden mit so vielen Aufgaben und Ansprüchen, die wir da auch an uns selbst haben. Also lade ich dich als Frau wirklich dazu ein, auch immer mal wieder loszulassen und zu gucken, dass du was für deine Weiblichkeit tust. Und dazu haben wir ja schon einige Podcasts aufgenommen. Ich liebe auch immer meine Weiblichkeits-Seminare, die genau darauf auch noch mal hinführen, dass wir das üben für uns selbst, weil das kann uns keiner nehmen. Und auch den Alltag kann uns leider niemand nehmen. Nur den Umgang damit, den können wir üben, anders zu gestalten, sodass wir immer auch mal wieder durchatmen und uns auch bewusst machen, dass es jetzt halt auch nicht alles heute unbedingt sofort sein muss, sondern schon auch einfach ein paar Sachen mal liegen bleiben dürfen. Und wir uns auch immer wieder vielleicht bewusst machen dürfen, dass das Leben genossen werden will. Das ist auch so etwas, was ich immer wieder meinen Teilnehmern sage und natürlich damit selbst in allererster Linie auch mir. Ich will jetzt gerne noch mal die Seite des Mannes schildern, weil für uns Männer ist es genau andersrum. Also zumindest ist es für mich so, vielleicht bist du als Mann da anders, aber ich erlebe es so, das heißt, selbst wenn da Stress ist und sehr viel zu tun, dann ist es für mich eher ein Abbau von Druck und Anspannung. Wenn dann Sex dazu kommt, da habe ich jetzt überhaupt gar kein Problem damit. Und das zeigt ja auch irgendwo diese Schnelligkeit der Pole. Das heißt, dieses emotionale Überfordertsein, oder wenn da so viel ist, dann ist es einfach für die Frau schwierig und für den Mann ist es sogar, vielleicht sogar eine Art Druckabbau. Also wir sind einfach unterschiedlich und zu dieser Polarität, das heißt schnell und langsam, kommt zusätzlich noch dazu, dass wir vielleicht in dem einen oder anderen Pole auch noch so unsere Themen oder unsere Verletzungen in uns tragen. Ich will einfach noch mal dazu sagen, ich glaube, dass jede Frau, die jetzt zuhört, echt überrascht ist darüber, dass das zu Druckabbau führt, wenn so viele To-Dos sind, dann Sexualität zu haben. Das ist echt für mich auch immer wieder total überraschend zu hören. Also als Frau denkt man sich dann, oder denke ich mir jetzt so, das kann ja echt nicht wahr sein. Wo soll ich mir denn jetzt bitte noch die Zeit? Da kann ich doch überhaupt nicht genießen. Ich kann doch gar nicht loslassen. Und dass du das so schilderst, dass das bei Männern genau umgekehrt ist, finde ich immer wieder spannend. Auch der Weg, dass ein Mann Nähe wieder hervorruft, über die Sexualität, ist für eine Frau, glaube ich, eher ungewöhnlich. Also ich glaube, wir sind dann eher so gepolt, dass wir sagen, also im Moment mal, ich gehe doch nicht mit dem ins Bett, wenn ich da nicht, also jetzt wirklich, totale Liebe und Nähe fühlen kann. Da habe ich überhaupt keinen Bock. Also das ist irgendwie, wirklich total gegensätzlich. Und ich glaube, sich das bewusst zu machen, macht ganz viel, macht es sehr viel leichter. Weil dann haben wir einfach mehr Verständnis für den anderen und nehmen das nicht so persönlich. Weil ich höre immer wieder von meinen Teilnehmerinnen, ja toll, also mit mir mal ein Wochenende wegfahren, da hat er keine Lust drauf. Aber mit mir mal eine schnelle Nummer zu schieben, das findet er gut. Da habe ich keine Lust drauf. Für sowas verschenke ich mich nicht. Und da merkst du, das ist für ihn vielleicht sogar die Möglichkeit, wieder Nähe aufzubauen. Und wir sagen dann, das wollen wir nicht. Also da machen wir es uns gegenseitig einfach auch schwer. Und du merkst schon, Interpretationen fließen mit rein. Also mit mir ein Wochenende wegfahren geht nicht, aber jetzt. Also das sind ja alles Gedanken und Glaubenssätze. Und was drunter liegt, ist ja natürlich irgendwie so ein Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht anerkannt zu werden. Und ich glaube, da ist auch eben genau das, was ich gerade angefangen habe zu erzählen, dass oftmals da Verletzungen in den Polen sind. Nämlich, dass auch so dieses Gefühl, für etwas benutzt zu werden, für Druckabbau benutzt zu werden, da haben, glaube ich, sehr wenig Frauen wirklich Bock drauf. Das glaube ich auch. Und ich sage mal so, es gibt natürlich auch Frauen, die das genauso leben, nur die Mehrzahl ist einfach männlich. Und ich glaube, ja, diese Nähe herzustellen, funktioniert halt auch wirklich nur, wenn ich meine Themen dabei kenne und vielleicht auch ganz ehrlich und offen mit meinem Partner über diese Erfahrungen oder Themen rede, dass ich das Gefühl habe, du, irgendwie fühle ich mich einfach auch nicht gesehen und ich habe gerade einfach nicht so das Gefühl, dass wir so eine Nähe haben und deswegen funktioniert das gerade bei mir nicht so gut. Und zwar ohne Vorwurf, sondern einfach es anzusprechen, um wieder näher zueinander zu kommen. Weil das ist wirklich etwas, was bei uns zumindest gut funktioniert, ist, wenn wir Dinge ansprechen, dass sie sich auflösen können, als wenn wir sie unter den Teppich kehren, weil da lösen sie sich meistens nicht auf, sondern kommen bei der nächsten Gelegenheit raus. Also wirklich ehrlich und authentisch mit den Gefühlen und mit den Situationen zu sein mit deinem Partner, anstatt sie tot zu schweigen. Und ich glaube, genau das ist das Hauptproblem in der Sexualität, dass wir einfach viel zu wenig darüber reden, was gerade ist oder warum es gerade nicht ist. Ich finde auch so einen wichtigen Aspekt, dass das Ganze absichtslos sein darf. Also wenn, ja, und da braucht es eben auch wieder für mich die Zeit. Also diese, die Sexualität funktioniert für mich am besten, wenn ich das Gefühl habe, jetzt auch im Umgang miteinander wird nicht jetzt irgendetwas gewünscht oder erfordert oder ich muss jetzt nichts leisten, sondern ich darf mich einfach hingeben und sein und darf das Kuscheln miteinander genießen und die Zeit einfach so fließen lassen. Das macht für mich dann, ja, auch irgendwie das Ganze lebbarer und liebevoller und angenehmer, weil ich nicht die ganze Zeit diesen Druck des Mannes spüre, der jetzt irgendetwas will. Das ist ja immer etwas, was per se erstmal abturnt, wenn der andere unbedingt was möchte. Und da ist es auch wirklich hilfreich, es so zu leben, wie wir es leben, nämlich, dass wir uns gegenseitig in diesem Punkt einfach sehr viel und sehr offen erzählen, dass wir ohne jetzt vom anderen etwas zu erwarten, es vielleicht auch einfach selber leben und es keinen so einen Druck und seine Erwartungshaltung für Sex gibt. So, das muss jetzt zweimal die Woche passieren und zwar immer dann. Und für manche Paare bleibt gar kein anderer Ausweg, als dass sie sich den Sonntagvormittag nehmen für Sex, weil sonst so viel zu tun ist. Nur die Frage ist wirklich, ob man das nicht verändern kann, weil das klingt für mich schon als Mann unerotisch. Am Sonntagvormittag um 10 Uhr eingetragen. 10 Uhr wird gepoppt und da weiß ich nicht, ob das nicht so ein Abtörner für alle ist, sondern vielmehr eben diese körperliche Nähe entstehen zu lassen und eben auch Sexualität zu leben, ohne miteinander zu schlafen, sondern es einfach in den Alltag zu integrieren. Und das haben wir bei unseren früheren Beziehungen nicht so gut hingekriegt, aber in unserer Beziehung funktioniert das wirklich toll, weil ich von Christina überhaupt nichts brauche, weil ich mich total ausgelastet und erfüllt fühle. Und du das eben auch alles dir selber erfüllst. Also du bist nicht abhängig von mir und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, dass niemand vom anderen gefühlt abhängig ist. Also nichts braucht, wie du schon gesagt hast. Wenn ein Mann, glaube ich, auch so zu uns kommt und schon erzählt, ja, aber wir haben jetzt schon seit Monaten keinen Sex mehr und das kann doch nicht sein, da hat meine Frau doch echt ein Thema und ein Problem. Das per se ist natürlich auch eine Energie, die du als Mann ausstrahlst. Das kommt bei der Frau an. Und glaub mir, das ist nicht besonders sexy, weil ich mir dann als Frau auch denken würde, Moment mal, wer von uns beiden hat jetzt hier tatsächlich wirklich das Thema und was ist das überhaupt für eine Anschuldigung? Und vielleicht kannst du auch mal bei dir schauen, warum das so ist. Also solche Vorwürfe zu machen und wenn sie auch nicht mal ausgesprochen sind, denk immer daran, du bist nicht nur dieser Körper, du bist dein energetisches Wesen und deine Ausstrahlung und das, was du aussendest, kommt auch an. Und Frauen sind besonders fühlig und bekommen genau auch das mit. Das heißt, deine Gedanken, die du denkst, kommen bei ihr an. Und das per se würde auch bei mir alles zumachen. Dann würde ich sagen, weißt du was, guck dir dein Thema an und dann kannst du wieder kommen. Also da wäre ich dann auch ziemlich militant, muss ich ehrlich sagen. Genau. Und wenn tatsächlich in deiner Beziehung es so ist, dass du seit Monaten keinen Sex mehr mit deinem Partner hast, natürlich ist da ein Thema dahinter. Das ist jetzt für unsere Vorstellung von Beziehungen einfach eine wichtige Säule. Und wenn in keiner Form Sexualität über Monate passiert, dann ist etwas eingeschlafen und da ist vielleicht auch etwas, was dagegen arbeitet. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass ihr euch nicht gegenseitig gesehen fühlt, dass ihr diese Nähe gar nicht mehr aufkommen lasst, dass dort vielleicht auch einfach andere Ursachen liegen und in so einer Art Nähe-Distanz-Thema, da könnte zum Beispiel auch eine Ursache davon liegen, dass eure Sexualität eingeschlafen ist. Und was heißt das Nähe-Distanz-Thema? Ein Nähe-Distanz-Thema heißt ganz einfach, dass beide, auch wenn der, der sich mehr Nähe wünscht, auch dabei ein Thema hat, genau wie der, der sich eher auf Abstand setzt. Warum? Weil letztendlich beide irgendwo wirkliche Angst haben, sich ganz einzulassen, wirklich ganz nah miteinander zu sein. Da kann es sein, der Mann möchte gerne diese körperliche Nähe, lässt aber die emotionale Nähe nicht zu und die Frau wünscht sich gerne emotionale Nähe und lässt die körperliche nicht zu. Also ist dort wie so eine Art Teufelskreis, der natürlich immer weiter auseinanderführt. und du hast mal erzählt von einem Nähe-Distanz-Thema mit deinem Freund, dass letztendlich die emotionale Nähe bei beiden total da war. Ja, es kann natürlich auch sein, dass wir, wenn wir in eine Beziehung gehen, wir lassen ja nie unsere Vergangenheit zurück, sondern wir nehmen immer auch unsere Kindheit mit und die Erlebnisse, die wir da hatten. Und ich hatte mit meinem Ex-Freund das Thema, dass nach drei Jahren Beziehung die Herznähe so nah war, die emotionale Nähe so schön floss und wir uns so nah waren, dass er angefangen hat, die sexuelle Nähe zu blockieren. Und ich natürlich immer mehr mich gefragt habe, warum ist das so? Und die Schuld erst mal auf mich gezogen habe. Das ist eben auch so ein Punkt, den wir hier unbedingt ansprechen wollen, dass du, wenn du das Gefühl hast, die Sexualität fließt nicht mehr, nicht nur bei dir schaust, sondern generell auf das Thema blickst. Und so hat auch mein Ex-Freund damals angefangen, sich mit sich zu beschäftigen und zu schauen, okay, warum ist das so, dass mein Herz fließt und überfließt vor Liebe und ich dennoch die Sexualität nicht mehr haben mag. Und wir haben festgestellt, dass da definitiv ein Nähe-Distanz-Thema zugrunde lag. Und jetzt könnte ich ja gesagt haben, oh, ah, du hast ein Nähe-Distanz-Thema, dann schau dir das mal an. Tatsächlich, hat Walter ja auch schon gesagt in diesem Podcast, ist es aber so, dass wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, der ein Nähe-Distanz-Thema hat, auch wir in irgendeiner Art und Weise ein solches Thema haben, weil dein Partner immer deine Projektionsfläche ist. Er ist ein Spiegel für etwas, was auch in dir angelegt ist. Und meistens ist der eine Teil der Beziehung so der, der das aktiv lebt und der andere eher passiv. Das heißt, du bist dann die, die sich das zwar wünscht vom Bewusstsein her, vom Unterbewusstsein her, aber genau solche Nähe-Verhinderer auch in sich hat. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass diese Nähe auch für dich zu nah wäre und zu viel Bedrohung bedeuten würde, weil das ist letztlich das, was ein Nähe-Distanz-Thema auch ausmacht, dass man im Grunde nichts anderes hat als zu viel Angst vor zu viel Nähe und damit auch wiederum diese Angst, vielleicht dann verletzt zu werden oder wieder verlassen zu werden. Und ich habe für mich damals echt immer mehr selbstehrlich feststellen dürfen, dass es stimmt. Für mich stimmte das. Ich habe gemerkt, dass ich einfach zu viel Angst hatte davor, dass mir dieser doch sehr geliebte Mensch dann wieder abhanden kommt, weil ich meinen Vater so plötzlich damals verloren hatte als Kind, habe ich irgendwie gedacht, okay, das kann immer wieder passieren. Und ich habe diese Ängste immer noch auch mit Walter, dass ich manchmal so denke, oh mein Gott, was, wenn er stirbt? Weil das eben einfach etwas ist, was ich so in den Zellen noch immer mit mir trage, obwohl ich das aufgearbeitet habe, ist das halt wie so eine alte Narbe und eine Kerbe, die in mir ist. Und wenn du einen Partner hast, der entweder woanders wohnt, in einem anderen Land oder der immer auch okkupiert ist mit Arbeit oder mit irgendwelchen Familienmitgliedern, um die er sich kümmern muss oder Sonstigem, dann darfst du auch für dich mal schauen, ob du da nicht vielleicht auch ein Nähe-Distanz-Thema hast. Genau, diese Nähe und die Distanz, das kann man übertragen auf alles. Die Frage ist, ob du wirklich Kontakt hast. Hast du wirklich echten, ehrlichen, intensiven Kontakt und bist du bereit, wirklich Nähe zuzulassen oder ist einfach die Beziehung zu so einer Art Arbeitsgemeinschaft geworden, zu so einer Art Arbeitsteam? Ihr kümmert euch perfekt um die Firma und um die Kinder und um die Freunde, gebt vielleicht irgendwelche Einladungen oder macht Grillfeste und alles sieht nach außen hin so toll aus, aber ihr habt euch auf diesem Weg irgendwo verloren als Liebespaar. Und ich glaube, das ist die häufigste Ursache, dass einfach Sexualität auch weniger wird, weil eben, weil dieses Liebespaar überhaupt gar keinen Raum mehr bekommt und eigentlich nur noch als Mama und Papa oder die Firmeninhaber oder als Mitarbeiter irgendeiner gemeinsamen Firma dort unterwegs sind und sich gegenseitig unterstützen und gut funktionieren, aber eben mehr zu so einer Art Freunde geworden sind und da fehlt einfach eine wichtige Säule. Und wir sind wirklich die Letzten, die sagen, wie es sein muss. Die Frage ist nur, die Körperlichkeit ganz auszuschließen, würde für uns nicht in Frage kommen, weil einfach was ganz, ganz Wichtiges und Schönes fehlen würde, nämlich so eine Art Klebstoff, wie du es immer sagst, so ein Klebstoff in Beziehungen. Warum? Weil während der Sexualität tatsächlich auch Botenstoffe ausgeschüttet werden im Gehirn, die dieses Verliebtheitsgefühl wieder aktivieren und wirklich auch emotionale Nähe stärken. Das heißt, du kannst mal für dich schauen, wo hast du deine Energie hingelenkt in eurer Beziehung? Wo ist die Energie gerade? Denn jede Energie, die du aus deiner Beziehung lenkst, also weg von ihr, schwächt die Beziehung natürlich. Wenn also deine Energie sehr auf die Kinder geht oder sehr auf den Job geht, dann ist es ganz klar, dass sie in der Beziehung fehlt und dass dir der Raum auch fehlt für die Beziehung. Das heißt, als allererstes dürft ihr vielleicht wieder schauen, dass ihr euch anders begegnen lernt, dass ihr eben euch den Raum auch mal schafft für ein gemeinsames Wochenende oder vielleicht auch für eine gemeinsame Nacht. Einfach nur mal irgendwo sich vielleicht für eine Nacht in einem Hotelzimmer einmieten oder den Tag sich freinehmen und die Kinder mal weg organisieren, ohne sich sofort den Druck zu machen, dass da jetzt sonst was passieren muss, weil das ja auch schon wieder ein totaler Killer ist, zumindest für die Frau. Also so kenne ich das zumindest. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, jetzt muss aber heute sonst was hier passieren, dann passiert meistens gar nichts, weil mir das schon wieder viel zu viel Druck macht. Also da einfach auch so zu schauen, okay, wie können wir das vielleicht auch wirklich immer mal wieder initialisieren, dass wir einfach einen Raum für uns als Paar haben und dass die Kinder dann auch tatsächlich mal oder die Firma mal Firma sein lassen und einfach wieder einen Raum schaffen für das Paar sein. Und wenn du jetzt glaubst, das geht nicht, weil so viele Termine anstehen und ja, jetzt haben wir gerade hier das und das auf dem Programm und unmöglich, also wir können da über zwei, drei Monate darüber sprechen, dann kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, bei den Coachings, die wir hier machen, ich gerade mit den Männern, dass in dem Moment, wo die Frau plötzlich geht oder weg ist oder mit einem anderen im Bett ist, dass dann plötzlich alles möglich ist, dass dann plötzlich sogar möglich ist, die Firma zu verkaufen oder zu kündigen oder ein Jahr nach Hawaii zu fahren, dann ist plötzlich alles möglich, weil so die sicher geglaubte Basis vieler Männer plötzlich wegbricht. Und das ist einfach wichtig, dass du dir das vorher schon klar machst, warum natürlich geht es auch in deinem Job. Wir haben hier wirklich sehr, sehr beschäftigte Menschen, die zu uns kommen und die nehmen sich drei Tage Auszeit, setzen sich hier hin, aber leider ist das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen. Also da ist meistens schon der Haussegen relativ schief und das ist doch so schade, weil man kann sich vorher Zeit nehmen für die Beziehung. Selbst wenn du dir zehn Minuten alle drei Tage, sagen wir mal, einfach so jetzt aus der Hüfte geschossen, zehn Minuten alle drei Tage nimmst, um mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner Zeit zu verbringen und ein intensives und ehrliches Gespräch zu führen, tust du mehr, als die meisten Menschen sowieso das ganze Jahr über tun. Ich finde auch ganz wichtig die Wertschätzung, weißt du, das ist auch noch so ein Aspekt, den ich unbedingt anbringen möchte, der die Sexualität zum Einschlafen bringt, wenn wir nicht mehr einander diese Wertschätzung schenken. Das ist natürlich für uns Frauen das totale Geschenk und der Herzöffner pur, wenn wir gesagt bekommen am Tag, wie schön wir ausschauen, wie besonders wir sind und was mein Partner an mir liebt. Ich liebe das und es öffnet mein Herz und natürlich dürfen wir Frauen und dann möchte ich dich direkt ansprechen, das auch unserem Partner sagen. Also, wenn du dazu tendierst, deinen Partner in irgendwelche Schubladen zu stecken, was wir alle letztlich ja tun und ihn dort dann irgendwann geparkt zu haben unter, ja, der will immer nur Sex und seine Firma, das ist ihm eh das Wichtigste und sein Verein und seine Kumpels und seine Fußballreise, sowas Langweiliges, ach der, naja, besser als keiner. Sag ich jetzt mal übertrieben, wenn so deine Einstellung zu deinem Partner ist, dann ist das natürlich schwierig und zeigt jetzt nicht unbedingt, dass du sehr viel Wertschätzung und Bewusstsein über das, was er auch mitbringt, an den Tag legst und das dürfen wir uns ganz selbstehrlich dann auch eingestehen und schauen, dass wir das unbedingt verändern, weil natürlich jeder das auch wahrnimmt, auch da strahlst du wieder all das aus, was da in mir so an Gedanken über deinen Partner ist, also möchte ich dich wirklich ermutigen, mal so zu gucken, was denkst du über deinen Mann im Moment, was für Gedanken sind da in dir, wo kommen die her, sind das vielleicht Gedanken, die deine Mutter und deine Großmutter schon hatten und die du nur einfach immer wieder dir selbst auf deiner Festplatte, die in deinem Hirn läuft und läuft, soufflierst und nach außen gibst und die möglicherweise Sexualität total verhindert und dann schau einfach auch mal, ob du ihm nicht neu begegnen kannst, ob du ihn mal rausholen kannst aus diesem So und so ist er und ihn nochmal neu betrachten, als würdest du ihn jetzt direkt neu kennenlernen, was gefällt dir an ihm und wenn du etwas findest, was dir an ihm gefällt, was ich mir sehr wünschen würde, dann sag ihm das, sprich es alles aus. Das ist etwas, was ich total liebe und was wir sehr, sehr, sehr intensiv praktizieren und zwar vom Herzen gemeint, das zu sagen, was wir am anderen sehen und wertschätzen. Es ist so wichtig, am Abend unsere fünf Guten zu machen, zu sagen, du, das fand ich heute toll und das hat mir gut gefallen und vielen Dank übrigens dafür, dass du das und das für mich heute gemacht hast. Diese Dankbarkeit und Wertschätzung ist das Aphrodisiakum schlechthin. Für alle Männer und alle Frauen da draußen ist das mein ultimativer Tipp. Ich glaube, das bringt vieles wieder zurück, was eingeschlafen ist, bringt auch die Energie wieder in die Beziehung zurück und öffnet für neue Chancen miteinander. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt ansprechen, den ich auch immer wieder bei Coachings von Männern beobachte, die jetzt so im Scheidungsprozess sind oder die aber eine neue Frau gefunden haben. Was echt spannend ist, die sind vielleicht schon 20 Jahre mit der alten Frau zusammen und jetzt sind sie gerade ein Jahr mit der neuen Frau zusammen und plötzlich wird der Körper wieder trainiert, plötzlich kaufen sie sich neue Unterhosen. Vorher hatten sie vielleicht 20 Jahre dieselben alten Schlüpper und jetzt kaufen sie sich so richtig schöne, enge, knackige Unterhosen und fangen an, sich wieder zu rasieren und machen ihren Körper schön für diese meist jüngere Frau. Und das Spannende ist doch, dass sie das vorher haben schleifen lassen. Also das fällt mir jedenfalls immer wieder auf. Plötzlich denke ich mir, den hatte ich doch schon mal bei einem Seminar, da sah der irgendwie ganz anders aus. Da hat er irgendwie eine alte Strickjacke an und irgendwie verbeulte Hosen und jetzt ist er da irgendwie schon so ein bisschen so einfach frischer, der strahlt was Neues aus. Und ich glaube, wenn du dir wünschst als Mann, dass die Beziehung belebt wird, dann ist das schon auch ein Tipp, mal zu überlegen, die Frau kennt dich jetzt seit 20 Jahren vielleicht oder seit 15 und vielleicht schaust du dich noch mal genau an im Spiegel und überprüf mal deine Klamotte und auch mal so die Frise. Die Frise, wie siehst du aus? Und ich meine, Christina guckt mich jetzt gerade an, weil ich auch gewisse Sachen habe, die ich auf gar keinen Fall ablegen will. Es gibt nämlich so ein paar Shorts, die ich einfach cool finde, weil sie einfach geil abgeratzt sind. Also verliere dich dabei nicht. Mach es so, wie du es geil findest. Aber vielleicht so, stell dir einfach mal vor, du würdest jetzt in eine neue Beziehung hineingehen und wie würdest du dich da anziehen? Wie würdest du dich da verhalten? Würdest du da auch den Furz rauslassen oder den Rülpser oder würdest du das lassen? Und ich kann dir garantieren, bei einer neuen Frau würdest du es lassen. Also so ein bisschen spiel doch mal verliebt mit deiner Frau. Genau, das ist überhaupt der beste Tipp. Mit der du schon 20 Jahre zusammen bist. Und natürlich würde sie fragen, was ist mit dem los? Hat der eine neue oder hat der ein schlechtes Gewissen oder was? Aber es spielt keine Rolle. Spiel einfach mal damit, dass du dich auch selbst geil findest. Weil diese Selbstliebe und die Beachtung deines eigenen Körpers, die strahlt etwas aus, was anziehend wirkt. Und wenn du dich selbst vernachlässigst, wenn du merkst, oh ja, mein Bierbauch wird immer größer. Ja, ich meine, die Frage ist nicht, dass du es für sie tust, sondern wie willst du in 10 Jahren aussehen? Das ist doch die Frage. Und dein Körper, dem tut sicher Bewegung gut und dem tut auch Sport gut. Also vielleicht etwas zu finden, was dich begeistert, was dir Spaß macht. und du musst jetzt hier kein Adonis werden, sondern es geht einfach darum, dass du dich selbst liebst, so wie du bist. Und wenn du deinen Körper cool findest, so wie er ist, dann ist alles prima. Aber wenn du ihn selber auch nicht so toll findest, dann würde ich mir schon mal überlegen, ob das nicht mal an der Zeit ist, etwas für deinen Körper zu tun. Und wenn du nur einmal die Woche joggen gehst und dich mehr bewegst und vielleicht einfach mal aufgehörst zu rauchen, keine Ahnung, was in deinem Leben da attraktiv für dich ist, aber wirklich Selbstliebe und Selbstachtung und die Achtung deines Körpers ist ganz, ganz wichtig. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns Frauen. Ich liebe es, mich morgens schön zu machen, mich schön anzuziehen, mich zu pflegen, in allererster Linie für mich, aber natürlich auch für Walter. Ich möchte einfach auch für ihn attraktiv sein. Und das wird in keinster Weise nachlassen, weil es mir einfach wichtig ist. Und ich schon oft mich gefragt habe, wieso das bei manch anderen so in den Hintergrund gerät. Ich glaube, dass es manchmal wirklich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Für einen neuen Menschen in unserem Leben geben wir uns so viel Mühe. Wie viel Mühe gibst du dir noch für deinen Partner? Und das ist doch verrückt. Wir lieben diesen Menschen und tendieren dennoch dazu, uns weniger Mühe und Beachtung zu schenken, als für irgendjemand Neuen. Und ich liebe auch diesen Spruch, weil ich finde, da trifft echt zu, neue Besen kehren gut. Ich glaube, dass, wenn wir uns nicht ändern, es beim nächsten Partner genau wieder so enden wird, wie beim jetzigen. Es ist jetzt neu, es ist jetzt interessant, es ist jetzt abwechslungsreich. Was aber ist, wenn das Ganze in die alten Fahrwasser kommt? Und das kommt es zwangsweise, wenn du dich selbst nicht veränderst, wenn du nicht wirklich mal guckst, okay, was trage ich im Moment dazu bei, dass keine Sexualität stattfindet? Du kannst es ja mal wunderbar aufschreiben, wenn du gerade so ein Thema hast, schreib doch mal auf, was mache ich erfolgreich, um Sexualität zu verhindern? Auch wenn du das Gefühl hast, es liegt an deiner Partnerin, jetzt hast du ja schon so ein paar Aspekte mal gehört, die was mit dir zu tun haben könnten, dann schreib mal auf. Ich verhindere Sexualität, indem ich immer in der Firma bin, indem ich meiner Frau nicht sage, was ich toll an ihr finde, indem ich ihr keine Wertschätzung schenke, keine Zeit in sie investiere. Wenn du diese Punkte schon aufgeschrieben hast und du drehst das dann einfach um, dann hättest du bereits die Antwort dafür, was du tun kannst, um wieder mehr Sexualität in dein Leben zu bringen, Kommunikation zu verbessern und so weiter und so weiter. Wir haben ja einiges genannt. Diese tolle Methode hilft, in jeder Art von Themen das Thema zu erkennen und vor allen Dingen es zu wandeln, weil du müsstest einfach nur das Gegenteil von dem tun, was du jetzt gerade aufgeschrieben hast. Und frag doch mal deine Frau, weil du hast ja jetzt diese Frage gestellt als Mann, frag mal deine Frau, was denn eigentlich Sexualität attraktiv für sie macht oder wann dieses Gefühl in ihr hochkommt. Wenn ich das Christina frage, dann sagt sie auf jeden Fall, dass wenn sie Sport gemacht hat oder wenn sie eine gemeinsame, gute Zeit vielleicht auf dem Fahrrad fahren oder joggen oder was auch immer im Fitnessstudio, wenn wir dort waren, dann hat sie grundsätzlich einfach mehr Bock auf Sex. Und das kann bei deiner Frau anders sein, aber frag sie doch mal, was sie antört, was ihr Spaß macht. Vielleicht ist eure Sexualität auch in so einem bisschen langweiligen Fahrwasser gelandet und da sagen wir ja immer, hol die Sehnsüchte zurück in die Beziehung. Das heißt also, wenn ich nicht weiß, was sich mein Partner wünscht und wonach er sich sehnt und was er sich da im Internet da anguckt, dann ist es schwer, diese Sehnsüchte in der Beziehung vielleicht gemeinsam zu erleben, aber die Grundvoraussetzung ist, dass ihr miteinander redet. Also frag ihn doch mal oder frag sie doch mal, was macht ihr Spaß und wo hätte sie Lust drauf? Vielleicht sind es ganz, ganz einfache Sachen, vielleicht sind es ein paar ausgefallenere Sachen, aber wenn ihr darüber redet, dann passiert nämlich eins nicht oder die Wahrscheinlichkeit wird kleiner, dass der andere sich das im Außen holt. Und nichtsdestotrotz laden wir immer wieder auch ein, mal zu gucken, ob mit dem Körper denn alles okay ist, weil auch ich das sehr, sehr gut kenne. Meine Schilddrüse ist mal abgerauscht eine Zeit lang und das hat natürlich per se schon mal dazu geführt, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte auf Sexualität, sowieso sehr antriebslos war und mich einfach nicht gut fühlte. Also achte auch darauf, dass du deinen Körper mit einbeziehst, nicht nur über Sport, nicht nur über Selbstliebe, nicht nur über die nötige Pflege, sondern auch darüber, dass du mal guckst, okay, ist denn mit meinen Hormonen alles in Ordnung? Stimmt auch der Vitaminhaushalt. Wenn du einen sehr niedrigen Vitamin-D-Haushalt hast, was hoffentlich im Sommer nicht so deutlich vorkommen kann, dann rauscht natürlich auch die sexuelle Lust absolut in den Keller. Also lass das immer mal wieder gerne abprüfen über ein Blutbild und über einen Besuch bei deinem Heilpraktiker oder auch bei deinem Arzt deines Vertrauens, sodass du auch schaust, dass da alles hormonell in Ordnung ist, weil auch das natürlich dazu führen kann, dass die Sexualität echt zum Erliegen kommt. Und dann kannst du dich bemühen und da gegen Windmühlen ankämpfen und vor allen Dingen dann auch letztlich gegen dich selbst, weil du dann vielleicht denkst, was ist denn nur mit mir los und warum fühle ich mich nicht mehr attraktiv und jetzt verlässt mich vielleicht mein Mann, weil ich gar keine Lust mehr habe. Denn das ist ja auch noch so ein Aspekt, dass wir uns dann halt auch total unter Druck setzen und selbst ja auch spüren, dass wir da nicht mehr so drauf sind, wie wir es vielleicht mal waren und darunter vielleicht auch leiden. Also da lade ich dich wirklich ein, nicht nur psychologisch mal zu gucken, sondern natürlich auch körperlich abprüfen zu lassen, dass alles gut ist. Genau. Und glaub einfach nicht denen, die sagen, dass man ja so mit 35, 40 lässt das ja sowieso nach. Haben wir alle schon gehört. Haben wir alle schon gehört. Und das ist einfach nicht wahr. Wir haben auch Klienten bei uns in Seminaren, die wirklich schon über 70 waren und gesagt haben, nee, sie leben noch eine ganz aktive Sexualität. Es wurde immer besser, ne? Haben wir gesagt, es wird immer mehr. Es wird immer besser. Also stell dir das mal vor, es könnte auch anders sein, ja? Genau. Und wenn du das bei deinen Eltern so erlebt hast, dass es mit 40, 50 aber aufgehört hat, glaub es einfach nicht, sondern es lohnt sich wirklich dort früh genug hinzuschauen, wenn es bei euch gerade so ist oder wenn es gerade in eurer Beziehung, in deiner Beziehung so ist, dann schau hin und schau mal, ob es da Ursachen für gibt. Fang an mit deiner Partnerin, mit deinem Partner zu reden und findet gemeinsam einen Weg, der für beide wirklich sich gut anfühlt, wo sich keiner verlässt, wo beide wirklich glücklich sind und ihr werdet eure Beziehung damit wirklich einen Vitaminstoß versetzen. Definitiv. Und wenn ihr Lust habt auf ein Seminar mit uns, wir machen noch ein Partnerschaftsseminar, in dem wir genau diese Möglichkeiten mit euch auch wirklich unterstützen. In der Schweiz, gell? In der Schweiz, beim C-Verein. Also wenn ihr Lust habt, kommt dazu. Das ist am 1. Septemberwochenende ein ganz, ganz tolles Seminar, das letzte für dieses Jahr und die nächsten werden sicherlich erst Mitte des nächsten Jahres stattfinden. Das ist in Basel, gell? In Basel, genau. Was natürlich auch immer geht, ist zu unseren Inspirationstagen zu kommen. Einfach mal, um rauszukommen, das schöne Berlin vielleicht auch mal zu besuchen, schön im Sommer mit uns gemeinsam zwei wunderbare Inspirationstage zu verbringen, wo man die gemeinsame Vision wieder schärfen kann, wo man einfach auch wieder gucken kann, was hält uns denn zusammen und was ist denn etwas, was wir beide uns wünschen? Wenn du diese gemeinsame Vision hast, ist es natürlich der Turbo-Verstärker für jede Beziehung. Und da in diesem Thema natürlich auch viele Glaubenssätze sind, kann ich dich auch noch einladen, so wie im letzten Podcast schon erwähnt, zu dem The Work Seminar, also zu einem Seminar, das heißt, glaub nicht alles, was du denkst, weil in der Sexualität kommt wirklich alles zusammen. All die alten Glaubenssätze, all das, was ich erlebt habe, all das, was ich erfahren habe, wie ich über Sexualität informiert wurde von meinen Eltern, also da sind Massen Glaubenssätze begraben. Und wenn du Lust hast, vorbeizukommen, das findet in Heintjen statt, am 26. bis zum 28. Oktober. Und ich freue mich da total auf dich, wenn du auch dabei bist. Was natürlich auch noch eine Mega-Geschichte ist, und das machen auch einige unserer Paare, ist unser Jahrestraining. Also unsere Ausbildung zum Coach ist für Paare, die einfach nur was für sich und für das Miteinander tun wollen, die Sensation überhaupt. Wir hatten jetzt Paare dabei. Das ist etwas, was so gut tut und was so unterstützen kann. Also wenn du Lust hast, noch bei unserer Jahresgruppe dabei zu sein, ein, zwei Plätze haben wir noch frei für Menschen, die sich einfach entwickeln wollen, alte Bremsen zurücklassen wollen und in ihr ganzes Potenzial kommen, dann kannst du dich sogar noch dafür anmelden. Start wäre Ende September und damit beenden wir jetzt endlich unseren Werbeblog und wünschen dir ein wunderschönes Wochenende. Schau wirklich, dass du dein Strahlen in die Welt bringst. Denk daran, du bist wichtig für diese Welt. Du machst mit deinem Strahlen diese Welt zu einem schöneren, noch freundlicheren und helleren Ort. Also strahle, was das Zeug hält und schick uns deine Fragen, schick uns deine Anregungen, teile uns gerne mit all deinen Freunden, sodass sie ebenfalls diesen Podcast hören können. Und wenn du Lust hast, es auf iTunes positiv zu bewerten, freuen wir uns natürlich noch mehr mit fünf Sternchen. Dann freuen wir uns auf den nächsten, nämlich schon am Montag. Und wir gehen jetzt auch in unseren wohlverdienten Urlaub und tuckern hier ein bisschen über die Seen und haben hier wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende vor uns. Und das wünschen wir dir auch. Ein ganz, ganz tolles Wochenende. Genieß deine Zeit. Danke, dass es dich in unserem Leben gibt. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.